Jedes Schiff bewegt sich auf einem Vektor durch Raum und Zeit, abhängig von seinem Schwerpunkt. Wie ein Pfeil. Wie dich, verstehe ich mich. Wie ein Pfeil, der einem aus der Brust legt. Genau, ja. Und damit besagtes Schiff durch die Zeit reisen kann, muss es ein Portal finden, oder wie in diesem Fall ein Wurmloch. Könnten diese Portale... Könnten diese Portale überall und jederzeit auftauchen? Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Nein, ich denke, Sie reden über Gottesgewalt. Aber wenn Gott die Zeit beherrscht, ist alles vorbestimmt. Ich kann Ihnen nicht folgen. Jedes Lebewesen folgt einem vorbestimmten Weg. Und wenn man seinen Weg oder Kanal sehen kann, dann kann man auch in die Zukunft sehen, oder? Und das ist eine Form von Zeitreise. Aber hier... Hier widersprechen Sie sich selbst, Danny. Wenn wir in der Lage wären, unser Schicksal tatsächlich bildlich vor uns zu sehen, dann hätten wir die Möglichkeit zu... Betrügen. Unser Schicksal zu manipulieren. Und allein die Tatsache, dass diese Option existiert, macht jedes vorbestimmte Schicksal praktisch unmöglich. Nicht, wenn ich auf Gottes Kanälen reise. Das ist eine Kerische Kubik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wann hat er es endlich auf? Das solltest du doch längst wissen. We don't have any drugs, we don't have any money, we don't have any dope, I can't take it anymore. The stars went out, they fell from the sky, it rained like all, it rained throughout. I'm in wait, the day of the world has come here, this blood didn't begin by, the focus is on fire. I'm down, they'll just take the skies and the bird died to sleep, while I wait to sleep. The end of the bird died to sleep, while I wait to sleep. I'm not having drugs, I'm not having drugs, I'm not having drugs, I'm not having drugs, I can't take it anymore. Why don't you call up one of your friends and go out? Because I'm not having drugs.